Hallo zusammen, ich bin der Dreni. Ich mache eine Lehre als Elektronustrateur bei der Firma F.A.R.E.R. und zeige mir, was wir alles machen. Ich sehe gerade eine wichtige Lichtschwierung zu programmieren. Der gute Bereich ist, man kann es gerade über den Computer machen. Zum Beispiel hier habe ich es gerade blau gemacht. Das Gute an der Lehre von Elektronustrateur ist, dass man fast alles sieht. Wir sind auf der Baustelle, wir sind auf der Neubauten, wir sehen die ganze Telefonabteilung und noch gar nichts Programmierungen. So wird man also nie langweilig. Die Firma F.A.R.E.R.E.R.G. ist sehr speziell, weil sie wie eine Familienfirma ist. Man kennt jeder hier. Man hat es mit jedem gut. Man kann auch mit jedem arbeiten ohne Streit oder so. Es macht einfach Spass, mit diesen Leuten zusammen zu arbeiten. Hallo zusammen, ich bin Apilasch und mache auch die Lehre als Elektronustrateur bei der Firma F.A.R.E.R.E.R.E.R.E.R.E.R. im Alltag. Da seht ihr mich, dass ich ein Bauprof-Kabel am Verlegen bin. Und das funktioniert wie ein Stromverteiler. Das machen wir für unsere Arbeitskollegen, dass sie auf dem Bau Strom haben. Dass du bei uns als Elektronustrateur bewerben möchtest, musst du gute Noten haben in der mathematischen Fächer und allgemeinen Gutsche in der Schule und kontaktfreudig mit den Kunden. Team Hat Ihnen beide gefallen? Dann bewirt dich heute noch bei uns als Elektronustrateur. Team 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 Team